Bhutan ist ein Binnenstaat in Südasien, der größtenteils im Himalaya gelegen ist. Mit einer Fläche von rund 38.000 Quadratkilometern ist Bhutan ein wenig größer als das deutsche Bundesland Baden-Württemberg. Nachbarstaaten sind Indien im Süden und China im Norden, wo weiterhin ungelöste Grenzstreitigkeiten bestehen. Hauptstadt des Königreichs Bhutans, dessen Name in der Landessprache Land des Donnerdrachens bedeutet, was sich auch auf der Flagge widerspiegelt, ist Timpu. Insgesamt leben in der konstitutionellen Monarchie rund 777.000 Menschen. Die Geografie Bhutans wird stark durch das Hochgebirge Himalaya geprägt und über 80% des Landes liegen über 2000 Meter über Null. Entlang der südlichen Grenze zieht sich die Ebene von Doar, die Teil des Ganges-Bramaputra-Tieflandes ist. Von hier aus ziehen sich zwischen den massiven Bergketten verschiedene Tälerrichtungen Norden. Der Gangka Puensum ist mit 7570 Metern der höchste Berg Bhutans und gleichzeitig der höchste unbestiegene Gipfel der Erde. Er ist etwas höher als der Kula Kangri, dessen Zugehörigkeit umstritten ist. Wichtige Flusssysteme sind der Drangmei Hu in Indian Manas und seine Nebenflüsse, der Puna-Zang-Hu, der Wang-Hu und der Amo-Hu. Das Klima wird maßgeblich durch das Relief des Landes beeinflusst und ist stark von der Höhenlage abhängig. Allgemein bringt der Monsun hohe Niederschlagswerte von Juni bis September, während die Wintermonate zumeist trocken sind. In den im Tal gelegenen Gebieten des Südens herrscht ein feuchtes, subtropisches Klima vor, das besonders stark von den feuchten Monsunwinden des indischen Subkontinents beeinflusst wird. Mit zunehmender Höhe finden sich subtropische Hochlandklimate. In höheren Lagen geht dies in Monsun beeinflusste kontinentale bis subpolare Klimatypen über. Und schließlich herrscht entlang der Gipfel Tundrenklima vor und ist somit ganzjährig kalt. Die Hauptstadt Timpu ist gleichzeitig die einzige Großstadt des Landes mit etwa 115.000 Einwohnern. Weitere Städte sind Puentscholing, Paro oder Gilepu, wobei keine davon mehr als 30.000 Einwohner hat. Amtssprache in Bhutan ist Dzongka, eine tibetanische Sprache, die zur sino-tibetischen Sprachfamilie gehört und mit tibetischer Schrift geschrieben wird. Dzongka wird von rund einem Drittel der Bevölkerung als Untersprache gesprochen. Und zwar hauptsächlich im Westen des Landes. Daneben gibt es größere ethnische bzw. sprachliche Minderheiten, wie die Nepali, die besonders entlang der südlichen Grenze leben, Changla, Bumtang oder Keng. Der Mahayana-Buddhismus ist Staatsreligion im Königreich Bhutan und fast drei Viertel der Bevölkerung sind Buddhisten. Gut ein Viertel hängt dem Hinduismus an, insbesondere die nepalesische Minderheit. Daneben bestehen kleinere religiöse Minderheiten, darunter Anhänger der Böenreligion. Bhutan hat einen BEP pro Kopf von rund 3.200 US-Dollar, womit es sich im internationalen Vergleich im unteren Drittel befindet. Der mit Abstand wichtigste Handelspartner ist der Nachbar Indien und neben der Landeswährung Gultrum wird auch die indische Rupie verwendet. Gleichzeitig wird seitens der Landesführung die wirtschaftliche Entwicklung jedoch anderen Zielen untergeordnet. Insbesondere dem Klimaschutz, mehr als zwei Drittel der Fläche sind bewaldet und Bhutan hat bisher als einziges Land der Erde eine negative CO2-Bilanz und dem Glück. Der frühere König prägte dafür den Begriff des Bruttonationalglücks, ein Ansatz, der auf Lebensstandard, Wohlergehen und Zufriedenheit der Bevölkerung abzielt, dabei aber monetären Faktoren einen deutlich geringeren Wert beimisst. Bhutans Wirtschaft ist stark von der Landwirtschaft geprägt, die den größten Teil der Bevölkerung beschäftigt, aber nur rund 15% zum BP beiträgt. Der Anbau von Reis, Mais und Kartoffeln sowie die Viehzucht sind hier die Hauptaktivitäten. Erklärtes Ziel des Landes ist es, den ganzen Sektor komplett auf ökologische Anbauweisen umzustellen. Obwohl verschiedene Bodenschätze nachgewiesen sind, werden diese kaum abgebaut. Von Bedeutung ist lediglich die Produktion von Ferrosilizium, ein wichtiges Exportgut des Landes. Weitere wichtige natürliche Ressourcen sind Holz und der aus Wasserkraftwerken stammende Strom, der größtenteils nach Indien exportiert wird. Bei den Dienstleistungen sind der Finanzsektor oder der Tourismus zu nennen, der eine wichtige Einnahmequelle darstellt. Die meisten internationalen Touristen stammen aus Indien und Destinationen sind etwa die Ruinen der buddhistischen Klosterfestung Druküel-Zong, das Kloster Tak-Chang oder Naturschutzgebiete, beispielsweise die beiden großen Nationalparks im Norden des Landes. Die Infrastruktur Buthans ist nur mäßig ausgebaut und wird durch das bergige Relief erschwert. Hauptverkehrsträger ist die Straße, wobei die in Ost-West-Richtung verlaufende Lateral Road das Rückgrat der Straßeninfrastruktur bildet. Eisenbahnstrecken gibt es keine, ein Anschluss an das indische Bahnnetz ist geplant und die erste Strecke soll nach Gelepu führen. Buthan verfügt über einen internationalen Flughafen in Paro, der jedoch aufgrund des Geländes als für Piloten besonders schwierig gilt. Daneben bestehen drei weitere Flughäfen im Land. Und hier endet der kurze Überblick zu Buthan. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.